Hallo, danke schön. Also zunächst einmal möchte ich unseren Gast nochmal vorstellen. Dr. Harpreet Scholia ist promovierte Soziologin und Autorin und Dozentin. Sie arbeitet in den Bereichen kritische Migrationsforschung, Feminismus, Diversität, Antirassismus und Antidiskriminierung. Und derzeit leitet sie die Stabsstelle Diversität und Demokratie bei der GffB in Frankfurt am Main. Außerdem arbeitet sie als freie Beraterin für die Beratungsstelle Response Hessen und ist die ehemalige Vorsitzende des Hessischen Flüchtlingsrats. Und zwar war sie das von 2015 bis 2021, 31. Oktober, also sechs Tage, das Zepter abgegeben. Sie ist Mitherausgeberin des 2021 erschienenen Buches Unentbehrlich, Solidarität mit betroffenen Rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Das Buch steht draußen, aber darauf kommen wir dann noch im Laufe dieses Gesprächs. Ich begrüße Harbred, Entschuldigung. Liebe Harbred, das war jetzt ein ganz schönes Stück Film, oder? Jetzt mal so ganz allgemein gefragt, wie hat dir der Film gefallen und was nimmst du jetzt aus dem Film mit? Was war eine Frage? Erstmal danke auch für die Vorstellung, auch für die Einladung heute Abend. Ich finde, nach so einem Film muss man erstmal ein bisschen atmen. Wie wir ja wissen, für viele Menschen ist das schwierig zu atmen. Und ich finde, was ich mitnehme, wo ich erstmal dazu sagen kann, ist, dass jeder Mensch hat Träume, hat Wünsche. Und für mich, eigentlich komme ich mit vielen Fragen, immer von solchen Filmen weg und frage ich mich, in welcher Welt wollen wir leben? Ja, also wie können wir eine Welt schaffen, wo Zugänge ermöglicht werden, wo jeder Mensch ein wundervolles Leben haben kann? Ich glaube, die sind erstmal für mich die ersten Fragen und Gedanken. Und ich merke voll, dass es mir auch sehr, es sitzt sehr tief bei mir. Ich sehe auch meinen Kollegen, der Ulrich Schaffert, der auch mein Vorstandskollege war, auch beim Flüchtlingsrat sechs Jahre lang. Und die ersten Geschichten, die wir gehört haben und auch, wie wir Menschen begleitet haben und auch die Bilder, die immer uns beschrieben wurden, also das merkt man voll in dem Film. Und ich glaube auch so dieses, ich finde das super spannend, dass auch dieser Film mit diesen Handykameras irgendwie gefilmt wurde. Und auf eine Art sind die Betroffenen selbst, die da irgendwie die Bilder zeigen, von dem eigenen Weg nach, dann am Ende nach Deutschland. Aber genau, das finde ich sehr spannend auch. Das gibt auch das Thema, die betroffene Perspektive auch ein bestimmtes Gewicht. Und genau, ich denke ein bisschen darüber nach. Ja, sehr gut, aber du hast mir gerade im Grunde genommen auch schon den Ball ein bisschen zugespielt. Und zwar geht es ganz genau um die Bilder, die wir in Bezug auf Geflüchtete seit 2015 immer wieder zu sehen bekommen haben. Aber zunächst einmal noch zurück zu der Familie, die ja in einer ganz besonderen Art und Weise miteinander diese Flucht erleben. Und wie verträgt sich das mit den Bildern, die wir eigentlich 2015 und die Jahre danach immer wieder zu sehen bekommen haben? Wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen? Ja, die medialen Bilder, die wir so durch die Medien bekommen und diese Perspektive jetzt. Ja, ich glaube, man kann ganz viel über dieses Thema Bilder und Sprache sprechen. Also ich finde, erst mal, ich fange mit einem Begriff an jetzt erst mal. Sehr gerne. Der Flüchtling, ja, oder wir sagen geflüchtete Personen oder Menschen, die fliehen oder so. Erst mal, dieser Begriff hat so viele Bilder. Ich kann mir sehr gut vorstellen, da darf ich ein bisschen im Publikum fragen. Natürlich. Wenn man den Begriff Flüchtling hört, was kommt erst mal als Bild im Kopf? Würde jemand das beantworten? Nur Mut. Wir sind nicht ganz voll. Es kann nichts passieren. Wir werden auch nicht beurteilen. Genau. Ich sehe, wie viele Menschen jetzt nachdenken. Wenn niemand den Mut hat, ist auch kein Punkt. Oh, doch. Also im Fernsehen gezeigt wurde, wie diese Reihe von Menschen, also mehrfach, also bestimmt acht nebeneinander, auf der Grenze, also auch durch die Felder liefen, um in Europa Asyl zu gewinnen. Also diese, das war irgendwie enorm. Also ich muss sagen, da habe ich fast nur den Mund auf gehabt und geguckt, ohne das irgendwie zu, weiter zu beurteilen. Das fand ich schon erstaunlich. Das ist, mir fällt mal rein bei Flüchtlingen. Als erstes. Gibt es jemand anderes? Es ist schon ein bisschen gemein, auch so eine Fragezustand, finde ich. Aber da sehe ich schon eine Meldung dahinten. Die orangenen Westen. Die vielen Rettungswesten, orange und rot, die da am Strand lagen und zwischen den Stein. Und genau das, die sind so die Bilder, die man auch in den Medien sieht. Ja, genau. Und ich denke mir auch, ganz am Anfang, auch die Begrifflichkeiten, die wir ja auch in den Medien gehört haben. Also beispielsweise der Begriff Flüchtlingswelle, wurde wie eine Art Naturkatastrophe beschrieben. Aber wir reden jetzt eigentlich über Menschen, auch in diesem Film oder auch, die nach Europa fliehen, über Menschen, die Biografien und Geschichten haben. Und so der Begriff Flüchtling, ganz oft, kann das nicht aufzeigen, wie vielfältig diese Gruppen von Menschen sind. Und dass auch diese Menschen werden homogenisiert, auf eine Art. Und deswegen, das finde ich immer erst mal wichtig, wenn man über diese Bilder spricht. Und ich finde, was bei mir, also man kann das eigentlich jetzt nach, sagen wir so, wir nehmen 2015 als Datum. Wir wissen schon, das ist schon länger, ist das Menschen fliehen. Aber wir haben schon eine Chronik. Wir haben jetzt schon sechs Jahre, wo Menschen jetzt nach Europa fliehen und so weiter oder in eine große Zahl. Und man hat erst mal diese Bilder, ich weiß damals, ich weiß nicht, wo sie, ihr, wir können uns duzen, ich sage ihr jetzt, wo ihr wart, als die Menschen erst mal nach Deutschland gekommen sind. Ich weiß, ich war zu Hause, hier in Frankfurt. Und dann kamen die ersten Nachrichten von Menschen an, dass Menschen am Bahnhof ankommen. Und dann sind viele dahin gegangen. Und dann hat man erst mal diese Bilder, diese Euphorie, dass Menschen einfach gesagt haben, ja, diese Menschen sind willkommen, sage ich erst mal so, sind willkommen und wir werden jetzt was Gutes tun. Ja, so ich habe erst mal diese Bilder von dieser Willkommenskultur. Menschen sagen, okay, wir packen das an. Für mich war das auch erst mal Bilder von Hoffnung, weil ich gedacht habe, jetzt packen wir das richtig an. Jetzt sehen wir, was die Zivilgesellschaft und auch die Politik zusammen sogar, was wir zusammen erreichen können, sodass wir die Menschen unterstützen können, die auch fliehen müssen, sozusagen. Und dann, wie wir ja alle wissen, gab es einen Moment oder viele Momente, ich nenne das erst mal das Moment, wo die Stimmung gekippt hat. Ja, also wir hatten erst mal dieses Bild des Helden auch fast, die geflüchtete Person als Held, denn die Leute standen ja da und haben, wie damals nach der Maueröffnung, ganz verrückt Applaus geklatscht erst mal. Das war ja für mich wahrscheinlich auch ziemlich befremdlich. Und es wurden Teddybären geworfen und ähnliches, ja. Und dann kippte das. Plötzlich war das das Bild der Invasoren. Dann wurden nur noch Bilder eigentlich aufgenommen gegen das Licht, sodass so eine schwarze Masse eigentlich erkennbar war. Genau, ja. Aber was hat sich denn nun seit 2015 in Deutschland geändert? Meinst du mehr so seitdem, also wie sich die Entwicklungen und so? Wenn es um Flucht geht, um die Frage Flucht und Asyl, was hat sich geändert? Das sind sechs Jahre, das ist jetzt nicht so viel, aber wenn es um dieses Thema geht, hat sich glaube ich doch recht viel verändert, oder? Ja. Ich denke eigentlich an zwei Begriffe jetzt. Eine ist Solidarität und eine ist Repression. Ich sage das sehr bewusst. Und ich denke, was man auch sagen muss, ist also natürlich gibt es auch die Politik und es gibt auch Menschen, also hinter der Politik stehen auch Menschen. Und gibt es auch die Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliche AkteurInnen und die einfache Person auf der Straße. Und seit 2015 sieht man auch, wie die Zivilgesellschaft zusammengekommen ist, sei das hier in der Stadt und in städtische Räume, auch ländische Räume. Das war auch super interessant, auch diese Arbeit, was wir gemacht haben, im Flüchtlingsrat auch die Menschen miteinander zu verbinden. Und da hat man wirklich gemerkt, die Menschen packen das schon an. Aber das war die Zivilgesellschaft. Und wir hatten einen Höhepunkt, glaube ich, das war 2017, acht Millionen Personen, die ehrenamtlich engagiert waren für geflüchtete Menschen. Ja, das ist eine schöne Zahl. Das ist schon ganz schön viel. Ja, auf jeden Fall. Und auf einer Seite das und dann auf der anderen Seite aber haben wir gesehen, wie peu à peu Entscheidungen getroffen wurden oder sagen wir so auf die strukturelle Ebene, wie bestimmte Asylpaketen verabschiedet wurden. Dann hatten wir so eine Art der Politik, die gute und, sage ich mal erst mal so, ich sage sehr plakativ jetzt, ich bin ein bisschen provokant, die gute und schlechte Geflüchtete. Wer sind die Menschen, die auch gute Bleibeperspektiven haben und die anderen, uff, die, äh, was machen wir mit denen? Also, und dann das Thema Abschiebung, ja. Also da sieht man auch so durch Asylpaket 1, Asylpaket 2, die Integrationsgesetze, wir sehen auch mit der Königsteine Schlüssel, mit Residenzpflicht und so weiter, dass Menschen einfach, und dann kommen wir zum Thema Mobilität, ne? Das ist auch so zu diesem Thema vom Festival. Wie da Menschen eingeschränkt sind oder waren. So für mich, ich finde das, es gibt so dieses zwei Seiten, also es gibt viele Facetten natürlich innerhalb dieses zwei Seiten, aber ich finde, man muss das auch sagen, es gibt so viele Menschen, die auch wollen, dass andere Menschen auch ein würdevolles Leben haben können. Und es gibt auch die Politik, wo wir auch, sag ich mal so, müssen wir daran arbeiten, dass wir im Gespräch gehen mit der Politik, ne? Und einfach, ne? Also, jetzt muss es nochmal ein bisschen in Ordnung im Kopf, aber, ja. Gut, gehen wir mal zur nächsten Frage über, ich bin mir ziemlich sicher, du kannst es auch gleich wieder aufgreifen, wenn wir jetzt zur Politik kommen. Ich kürze mal ein bisschen ab, ich habe ein paar Schlagworte mitgebracht, die ich auch gerne noch hier in der Runde sozusagen besprechen wollte, einfach mal, um zu browsen, was so in den Köpfen passiert, wenn wir ein paar Begriffe loslassen. Wie sieht es aus mit, das sind alle jetzt in Begriffen, ja, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Begriff Gastfreundschaft, was verstehen wir eigentlich da drunter? Möchte da jemand was zu sagen? Ja. Ja, gut, mit Leuten, die fremd sind, kann ich nur umgehen, wenn ich mich selbst auch zu Hause fühle. Gastfreundschaftlich kann ich nur sein, wenn ich auch zu Hause bin. Wow, das ist fast eine philosophische Antwort. Was sagst du, Harpreet? Ich finde das super interessant und ich finde das, weil, und ich nutze jetzt den Begriff Heimat sehr bewusst jetzt. Es gibt auch Menschen, die auf der Flucht sind und es gibt so eine Heimatlosigkeit. Und ich verbinde das jetzt ein bisschen hier und ich versuche ein bisschen mitzudenken gerade, weil ich denke, es gibt so diese Spannung zwischen Gastfreundschaft, wo jemand zu Hause ist und auch gastfreundlich sein kann, für Menschen, die auch eine Heimat suchen oder eine neue Heimat suchen, sozusagen. Aber ich weiß nicht, ich habe auch eine andere Verbindung mit dem Begriff Gastfreundschaft. Selbst ich als Migrantin höre ich das sehr oft, wo die Menschen sagen, ihr seid ja super gastfreundlich, sozusagen. Und auch welche Bilder auf Migrantinnen oder Menschen, die anders markiert sind, wie man, ja, was für Bilder auch auf eine Person projiziert werden. Also das, manchmal, das hat mich schon irritiert, weil ganz oft habe ich das auch als Eigenschaft von geflüchteten Menschen gehört, wo ich gedacht habe, diese Menschen bringen ganz viel mehr mit, als jetzt ganz schön zu kochen und hier das und das in den Kaffee mitzumachen, lieber Leute. Aber ich weiß es nicht. Also ich habe einen, es ist bei mir ein bisschen ambivalent, den Begriff. Ich kann nicht sagen, dass ich das mag oder nicht mag. Okay. Ich glaube, ich setze den Begriff der Willkommenskultur direkt nach. Wer möchte sich dazu äußern, was ist Willkommenskultur, was ist damit gemeint? Eine positive Denkweise. Okay. Willkommenskultur, wer sagt, zu wem willkommen? Ist es eine Frage für mich erstmal. Und was kommt nach der Willkommenskultur? Also, man kann jemanden willkommen heißen, passt mit jedem. Also weißt du, was ich meine? Ja, klar, absolut. Was kommt nach dem Willkommen? Ja, okay, willkommen. Und dann? Das ist immer für mich dann die Frage. Und dann kommen so die ganzen Themen dann, wenn man sagt Willkommen, wie lange ist jemanden willkommen? Kann, bleibe recht für alle gewährt. Ja, also es ist einfach irgendwie so eine, es ist eine aufgesetzte Nummer, das ist nicht sich gewachsen, glaube ich, in sich. Sicherheit wäre der nächste Begriff, den ich mal so in die Runde werfe. Was verbinden wir eigentlich damit? Mit dem Begriff der Sicherheit? Sicherheit. Ich glaube, wir hatten jetzt in dem Film auch total viele Beispiele vom Gegenteil. Das ist ja immer so, schon fast ein politischer Begriff, oder? Sicherheit. Das ist auch noch ein Begriff, ne? Ja. Ich habe noch eine Frage, weil ich komme immer mit Fragen. Ja, sehr gut, go ahead. Wer darf in Sicherheit leben? Ja, sehr gut. Wer darf eigentlich in Sicherheit leben, genau. Ja, sehr gut. Gut. Ja, dann kommen wir mal zu dem letzten Begriff, nämlich zu dem der Solidarität. Harpreet, du hast dieses Buch geschrieben, unentbehrlich, und dafür gab es einen ganz konkreten Anlass, und zwar auch einen ganz konkreten Anlass, solidarisch zu sein. Das Buch ist jetzt im Februar diesen Jahres erschienen, ne? Und da gab es einen Geburtstag, einen einjährigen Geburtstag, wenn man das so sagen darf, oder sagen wir mal das Gegenteil von dem. Ja, wie ist es zu diesem Buch gekommen? Ja, unentbehrlich, Solidarität mit betroffenen Rechte, rassistische und antisemitische Gewalt, habe ich mit herausgegeben. Stimmt, Christin Jeneke war die Kurve. Das muss ich schon, meine liebe Kollegen aus Ostdeutschland, muss ich auch, ich muss die Fahne hochhalten, auch für diese tolle Frau. Genau, das war auch ein interessanter Prozesszusammlung, ich kann auch gleich dazu kommen. Wir haben das damals, eigentlich in 2019, konzipiert gehabt. Für uns war das wichtig, weil ich selbst auch in einer Opferberatungsstelle seit 2015 unterwegs bin, als freie Beraterin, und mache Einzelfallberatung für Menschen, die von Gewalt betroffen sind. Und wir wollen eigentlich die Arbeit von den Opferberatungsstellen in Deutschland ehren. Und haben wir gesagt, okay, es wäre super, ein Buch zu haben, oder ein Buch irgendwie mit unterschiedlichen Stimmen rauszubringen, wo wir die unentbehrliche, solidarische Arbeit von diesen Beratungsstellen zeigen. Weil seit 20 Jahren, also über 20 Jahren in Ostdeutschland gab es so, sage ich erst mal, einen antifaschistischen Ansatz von den Opferberatungsstellen. Und dann in Westdeutschland kamen die Opferberatungsstellen später. Und dann haben wir gesagt, das wäre super einfach, diese Ansätze anzugucken. Und das war, ich weiß noch, wir haben im Juli damit angefangen, 19. und dann in, wie wir ja alle wissen, Oktober 2019 kam Halle. Das hat uns erst mal erschüttert. Und dann im Februar, also 19. Februar 2020, was mir sehr nahe geht, ist dann auch Hanau passiert. Und für uns war das dann sehr klar, dass das Buch, also die Zielrichtung muss sich ändern und es muss viele Stimmen geben, nicht nur die Opferberatungsstellen, aber die Zivilgesellschaft unterstütze in dem Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und so weiter, dass wir auch unterschiedliche Stimmen zusammenbringen, weil es gibt ja so viele Menschen, die auch sich engagieren und die sind nicht sichtbar. Und es gibt so viele Initiativen, leider muss man auch sagen, die nach bestimmten Attentaten sich gegründet haben und dann auch eine unentbehrliche, solidarische Arbeit machen. Und für uns war das dann wichtig, einfach dieses Buch so aufzuziehen, zu sagen, wir wollen ja zeigen, egal welche Positionierung einer hat, sei das ein Person of Color, eine schwarze Person oder sei es ein weiß positionierter Allei, wir können das zusammen tun. Wir können einen Konsens finden und sagen, wir kämpfen gegen diese Entwicklung nach rechts. Das wollen wir nicht. Und deswegen war das eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, zusammen mit Christine Jenicke, der aus Ostdeutschland kommt, ich aus Westdeutschland, obwohl ich aus London komme, aber jetzt bin ich stolze Frankfurterin. Bravo. Aber einfach zu sagen, dass wir diese Ost- und Westdeutschland-Perspektive auch mit einbringen. Ich habe auch sehr viel gelernt, auch diesen Kontext Ostdeutschland zu verstehen. Und dann einfach zu sagen, okay, wir bringen auch eine Person, der aus einem antifaschistischen Kontext kommt, der weiß ist, aber Frau und ich als Frau auf keine Migrantin in Westdeutschland. Was für unterschiedliche Perspektive können wir zusammenbringen? Auch beide als Frauen zu sagen, wir können auch zum Thema rechte Gewalt schreiben. Und dann haben wir das als Projekt genommen und für uns war das einfach ein wichtiges Projekt. Ich sage es immer, für mich ist das ein Akt des Widerstands, gerade gegen diese Entwicklungen. Und auch, dass egal wie fragil der Konsens ist, wir müssen einen Konsens treffen, wenn wir auch gegen rechte Gewalt und auch gegen diese rechte Entwicklung angehen wollen, sozusagen. Für uns war das dann sehr wichtig, das Buch rauszubringen. Aber das war auch in einer Zeit, wo dann Hanau passiert ist, da war ich auch sehr viel beschäftigt, auch in den ersten 18 Monaten mit dem Aufbau der beiden Initiativen. Du warst sehr aktiv in Hanau. Du hast mitunter die Stiftung von Serpil Unvar, also die Bildungsinitiative, mit ins Leben gerufen. Ja, genau. Ich habe das erstmal, für mich war das immer wichtig, erstmal mein Wissen und Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, erstmal. Und jetzt sind die lokale Initiativen und die sollen auch lokal bleiben, auch mit unserer Unterstützung und Solidarität. Und irgendwann muss man auch irgendwie überlegen, wie viel man macht. Deswegen habe ich dann entschieden, mich langsam da rauszunehmen, aber von immer zu gucken, dass man da solidarisch ist und mit unterstützt. Aber das war für uns einfach Hanau, Halle und Hanau waren ein Zäsur. Und wir wollen natürlich, dass Hanau die Endstation ist. Wir wissen, das wird aber nicht die Endstation, weil wir reden über Strukturen und nicht nur Einzeltäter. Ja. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, dass man seit 2015 eben auch eine Entwicklung hat, die extrem rechts geworden ist. Also diese Ausmaße, die dann plötzlich, also klar, wir haben ein Wachstum dann plötzlich gehabt von der AfD als Partei und dann eben die Attentate, die stattgefunden haben. Und dann haben wir auch noch mal ganz interessante Diskurswechsel gehabt, nämlich den Begriff von Rassismus hin zu Kultur. Also, dass der Kulturbegriff plötzlich irgendwie ganz merkwürdig konnotiert wurde, dass man von Kulturen, von unterschiedlichen Kulturen gesprochen hat und den Rassismusbegriff eigentlich dem angehängt hat, ohne dass man dessen wirklich bewusst, also ohne dass, wenn man wirklich nicht genau hingeguckt hat, nicht gemerkt hat, wer diese Begriffe gerade wie verwechselt oder gezielt einsetzt und dieses Wechselspiel betreibt. Ja, und ich finde das auch sehr interessant natürlich, weil es ist jetzt, ich sage das als Betroffene von Rassismus jetzt, Rassismus ist on vogue, sage ich erst mal so als Begriff. Ich sage das sehr provokant in der Runde, aber es ist auch sehr interessant, weil auch durch, sagen wir schon mal so, nehmen wir einfach Hanau als Beispiel, also da haben wir in diesem, also was da alles passiert ist, auch auf dieser strukturellen Ebene, auch mit den Behörden, kann man nicht, also man kann das nicht leugnen eigentlich, dass man, oder dass man das Thema struktureller Rassismus hat, sei es in der Polizei oder sowas. Wir sitzen hier in Frankfurt, wir haben eine erste Revierpolizei, also die auch. Die Adressen, die dann plötzlich irgendwie an die Rechtsanwältin rausgehen. Und so weiter, NSU 2.0, wir sind hier in der rechten Hotspot Deutschlands mittlerweile, wir haben immer gedacht, das ist da im Osten, wir müssen einfach nur Lübcke sagen, wir müssen die rechten Netzwerke sagen in der Polizei, wir müssen, wir könnten auch über Wächtesbach sprechen, wir können über Hanau sprechen, also es gibt einen Nährboden, der gelegt wurde, sagt man sehr schön auf Deutsch, richtig? Nährboden? Ja, genau. Und das ist jetzt, das ist, wo wir, wir müssen das angehen. Wir müssen auch die Mitte der Gesellschaft erreichen. Wir müssen wachsam sein, gerade hier in Hessen, glaube ich auch, da gibt es dir total recht. Danke, Harbrit. Das Buch von Harbrit haben wir draußen hingestellt, also wer interessiert ist, kann gerne einen Blick reinwerfen und jetzt müssen wir leider schon aufhören. Ich würde noch total gerne viel mehr mit dir darüber sprechen, weil es gibt so viele Fragen, die ich noch habe, aber ja, die Zeit ist limitiert leider. Danke schön, Harbrit Julia.